So, und direkt landen wir wieder hier in dem Kampf. Was du nicht sagst. Ja. Ich auch. Deswegen liebe ich das Jetpack. Oh, Munition. Das ist gut. Das ist gut. So, wo ist denn der nächste? So, wo ist denn der nächste? Oder verpeile ich da jetzt was? Oder haben die die schon geplättet? Hm. Na gut. Ja, jetzt müssen wir ja zu dieser Fräse. Die war... Luftschleise, Luftschleise. Ja, wo war die jetzt nochmal? Witzig. Wo war die jetzt nochmal? Äh, da. Äh, da. Glauben Sie, Cash hat sie belogen? Nein, dafür ist sie nicht der Typ. Ich bin ziemlich sicher, dass keiner von uns wirklich wusste, worauf wir uns da einlassen. Gelackmeiert. Hübsches Wort. Hä? Ja, wo war das Ding jetzt? Wir fahren erstmal hier lang. Ja, 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 ja. Ich hoffe, das war das Ding da. Wow. Geil. Geil. Boah, dieses Mondenfahren macht so Spaß, ey. Hui. Nicht nach unten sehen, Leute. Ja, wie denn auch? Ich fahre über eine Brücke. Oh Mann, ich darf bloß nicht wieder zu weit runterfahren. Wow, 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 wow. Das meinte ich. Wee. So. Wissen Sie, was mich überrascht? Dass ich fast nicht wütend bin. Manchmal habe ich das Gefühl, ich sollte wütender sein. Ja, dann sei es doch einfach mal. Ja, und wir haben sie direkt wieder gefunden. Supi. Bei Ihnen mag das so sein. Darum haben sie auch die Nexus verlassen. Aber es ist schwieriger, etwas in Ordnung zu bringen, das man nicht ändern kann. Ja, das stimmt leider. Da muss ich dir recht geben. So. Hi. Ich wieder. Wir folgen einfach mal dem Ding hier. Ach so. Die haben wir ja alle schon durchsucht. Moment mal. Die hier sind rot. Rot. Das hier ist blau. Okay. Die sind alle rot. Aber warum? Das ist jetzt der Frage. Warte, er sagte eben, da sind Relikte. Ja, wo? Au. Ach, nü. So. So. Wollen wir jetzt den da erledigen. Das ist, wenn wir eine gute Zeit haben. Sieht aus, als bräuchten wir dafür einen Beobachter. Äh, ja, wo ist er? Noch eine Beobachter-Konsole. Hallo? Machst du mal? Dankeschön. Okay. Hier muss ein Trick dabei sein. Versuchen wir's. Objekte für die ein Interface existiert haben Markierungen Pathfinder. Sie könnten hilfreich sein. Okay. 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 Achso, jetzt sind wir wieder hier. Alles nehmen. Ja, schön. Eine Tür. Ja. Äh. Ich check grad nix. Wo schießen die? Okay. 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 Wow. Hallo, Masuma? Jetzt sag ich nicht immer beide gleichzeitig drücken oder sowas. Hallo? Hallo? Oh! Hallo? Ähm... Huck, Huck! Oh! Was willst du? Kleiner! Okay... Muni! Immer zuerst Muni nehmen. Ich glaube nicht, dass wir hier fertig sind. Ja, glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier fertig sind. Ja, glaube ich auch nicht, aber hier... Verstehen? Aha! Verstärkung! Oh! 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 Könnten Verstärkung gebrauchen und nicht die. Klar weißt du Munition in einem Jahrtausende alten Reliktgebäude, aber keine Munition auf vor einem Ding, wo unsere Basis draufsteht. Könnte oder wird. Vorfache? Oh, wie soll man denn den plätten? Oh, 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 oh! Nein! Oh! Ey, wie soll man denn den plätten, bitteschön? Klar, super Speicherpunkt. Boah, kriegt direkt hierauf auf die Fräse. Zehn, bis zum. Oh. Wow. Wow. Okay, näher rankommen können sie ja nicht. Dann kriegen sie nämlich Schaden. Aber ich kann auch gleich nichts mehr machen. Ach, hier ist ja direkt Munition. Ach doch, große Jungs voraus! Boah, das geht ja richtig ab. Boah, wie viele kommen denn da noch? Ohne Scheiß jetzt, wie viele kommen da noch? Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ach, die sind das! Oh, ey, das mit diesen roten Feldern, das, oh, das ist ja der Hammer. Oh, ey, ich muss diese Assembler zuerst ausscheiden. Oh, ey, großartig. 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 Oh, scheiß jetzt. Was war das? Oh, ey, großartig. Was du nicht sagst. Oh, nein, schilde. Oh, ey, großartig. Oh, ey, großartig. Untertitelung des ZDF, 2020 Komm schon! Was du nicht sagst! Voll im Konzentrationsmodus! Voll im Konzentrationsmodus! Das ist ja voll der Krieg, ey! Okay! Komm schon! Wo ist der Große? Ja! Da ist ein Zerstörer! Oh! Oh! Wow! Oh! Oh! Nein! 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 Was? Boah! Das ist jetzt ein Witz von dem Ding, oder? Ja! Zerstörer! Nichts Zerstörer! Ja! 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 Der Kroganer braucht Hilfe. Oh, leck mich doch. Wieso schleicht der? Deswegen hasse ich das, wenn man nicht selber in Deckung gehen kann. Du musst warten, bis da richtig schön in der Mitte einer Wand ist. Oh. Oh, leck mich doch. Oh, leck mich doch. Oh, ich drehe gleich durch. Ich hätte mal so eine Idee vielleicht. Wir haben es mit einem Zerstörer zu tun. Uh, nein. Was muss ich jetzt? Komm mit. Da ist ein Zerstörer! Da ist ein Zerstörer. Da ist ein Zerstörer. Das könnte hässlich werden. Was du nicht sagst. Äh, du! Könntest du mal? Könntest du mal? Ich kommt mal so ein Zerstörer. Lochen. Ich bin ein Zerstörer. Ich bin ein Zerstörer. Da ist ein Zerstörer. Denkst du mal. Oh, come on. Was ist das? Alles in Ordnung, Jungs? Mittels? Wo kommen die denn jetzt auf einmal wieder alle her? Oh, komm schon, dein Ernst jetzt! Wo kommen die da her? Wo kommen die da her? Hey! Was ist das? 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 So du Lappen, jetzt komm mit Brauch dich Immerhin, neun holen Bye 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 Gott, ey Das ist ja sowas von unfair, weil die immer, 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 immer wieder neun holen Bez Das ist so unfair. 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 Man, du hast echt null Zeit auf den da zu ballern. Das ist so unfair. 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 Oh, wow. Oh, wow. Das ist so unfair. Das ist so unfair. Das ist so unfair. Oh, wow. Das ist so unfair. Das ist so unfair. Das ist so unfair. Das ist so unfair. Oh. Das ist so unfair. 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 한번 den paar seriously pfeifen. Irgendwas. ss wechseln die Position hallo die 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 Ich habe den Fenster getroffen. Boah, das meinte ich. Zehntausend Gegner schießen auf einen, was soll man da machen? Ja, runterfallen. Guck dir das an, was sie für ein Aiming haben. Boah. Du da, kommst du jetzt mal eigentlich mal. Was? Bist du denn für den Arsch? Kann ich mir noch einen holen? Ey, ich will noch einen. Come on, mate. Ich will noch einen, was sie ist. Ah. Wohh! 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 Klar, die schießen ja schon Obwohl sie mich gar nicht sehen können Nein, 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 nein Ich mache hier mal einen Cut, bis ich die Kackscheiße fertig habe Bis gleich Eingabe akzeptiert Mehrere Mechanismen werden aktiviert Ihre Liegenfräse ist im Betrieb Die Treibproduktion wird innerhalb weniger Jahre drastisch ansteigen Informiert Ten über die guten Neuigkeiten Unsere Treibstoffversorgung ist gesichert Gehen wir zurück an die Oberfläche Mehrere Daten Mehrere Daten Mehrere Daten Geh da vor uns! Geh da vor uns! Das war's für heute. 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 Gil hat gefragt, ob sie mal vorbeikommen können. Das war's für heute. Das war's für heute.